Herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast zu einem neuen Beeper Gaming Video und zwar zu einem besonderen Video, nämlich einem Abonnentenspecial denn wir haben die 25.000 Abonnentenmarke geknackt dafür erstmal ein riesen Dankeschön an jeden von euch, der abonniert hat, der unsere Videos verfolgt ja, wir hatten es ja schon mal für die 20.000 gemacht auf der Gamescom und jetzt 25.000, es kommt mir vor, als wäre es ein paar Tage her, die Gamescom, wo wir das Video gemacht haben und die nächsten 5.000 sind schon wieder draufgepackt also wirklich phänomenal, riesen Dankeschön dafür und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir eine Roomtour machen das bedeutet, dass wir euch einfach mal zeigen wollen, wo wir so zocken, wie das Ganze bei uns aussieht und wo wir dann die Videos auch kommentieren, wo unser Rechner steht, keine Ahnung, das ganze Zeug auf jeden Fall mal und zwar von jedem von uns, von Till, von Joshua, von Benny, von Malte und von mir und es wird einfach nacheinander stattfinden ich werde jetzt mal anfangen einfach und will gar nicht auch weiter um den heißen Brei herumreden denn meine Matte sieht relativ schrecklich aus, weil ich seit Ewigkeiten nicht beim Friseur war wird auf jeden Fall demnächst mal wieder nötig sein und deswegen habe ich jetzt schon mal hier rüber geschwenkt da sieht man so ein bisschen meine Zocklocation ich zeige euch das Ganze mal hier ein bisschen ich muss mich für die Quali ein wenig entschuldigen, weil ich nur mit meinem Handy aufnehmen kann aber hier sieht man auf jeden Fall meine Couch auf der ich dann immer sitze, wenn ich zocke und da drüben dann stehen meine beiden Konsolen hier sieht man so im Doppelpack sozusagen die meisten von euch wissen wahrscheinlich, dass ich auf der PS3 und der Xbox spiele und die habe ich hier einfach so übereinander angeordnet ist eigentlich ein ganz cooler Tisch dafür und da ist dann mein Bildschirm sozusagen wie in einem Bücherschrank drin da oben seht ihr die schon ewig nicht mehr gelesen ja dann hier ein paar CDs, Krimskrams, irgendwelche Kabel da mein Schrank, in dem auch alles mögliche Zeug ist und dann hier ein bisschen salatmäßiger angeordnet meine ganzen Kabel da sieht man die Elgato wo dann das Kabel, sage ich mal, auch hier da hinführt normalerweise steht dann mein Laptop da, wo jetzt gerade der Controller liegt und da sitze ich dann meistens so und zocke halt Handtuch habe ich da, falls es mal ein bisschen ja, schwitzig wird, wenn das Spiel ein bisschen enger ist hier dann mein Bildschirm ist eigentlich recht cool das Ding ist nicht so riesig, da seht ihr meine bisherigen Spiele FIFA 12 für die Xbox FIFA 13 für die Xbox und FIFA 13 für ja, die PS3 und falls ihr euch wundert, was das riesige orange Teil hier ist das ist der Vorhang vor meinem Fenster also kann ich ja mal kurz zeigen dahinter ist normalerweise ein Fenster da aber das Licht scheint dann immer so ein bisschen rein und dementsprechend würde das mich ein bisschen blenden, wenn ich dann hier spiele und deswegen habe ich das dort, ja, meistens davor den Vorhang und auch einfach abends, damit nicht jeder reingucken kann, ne wenn ich dann hier so meine Spielchen mache und hier rumsitze das klang auch geil, meine Spielchen mache meine FIFA Spielchen, um das zu betonen so, gut ansonsten denke ich, habe ich hier in der Zockergegend alles gezeigt also wie gesagt, unglaublicher Kabelsalat aber Hauptsache PS3 und Xbox funktionieren man sieht es ja das Bild ist angeschlossen und funktioniert und dann können wir mal ach ja, hier, Pokale unglaublich, ja, ja und dann können wir mal hier so ein bisschen in Richtung meines Schreibtisches gehen da seht ihr auch schon mein Mikro, wo ich gerade gestartet habe, die Aufnahme also das bedeutet, auf diesem Stuhl, da sitze ich dann vor dem PC ich habe hier einen Laptop und ja, kommentiere meine Videos wenn ich denn mal welche mache ist ja nicht so häufig, aber ich denke in FIFA 14 wird das wieder häufiger passieren und dann seht ihr hier mein Bett ja, es ist ein Hochbett an sich ganz praktisch weil man kann seine Schulsachen da runterlagern natürlich in aller Ordentlichkeit, so wie sich das gehört Boden ist eh immer der beste Platz für Schulsachen, ne ist ja sicherlich bei den meisten von euch genauso und ja, das ist so im Großen und Ganzen mein Raum ich kann ja vielleicht nochmal dahinter gehen und euch einen Gesamteindruck verschaffen warum da die komischen weißen Eimer stehen habe ich absolut keine Peilung ja, ich gebe zu, es ist nicht der ordentlichste Raum aber es passt schon und wie gesagt, die Zocker-Location ist auch echt chillig also wenn man dann da hier so auf dem Sofa sitzt, ne und da kann man sich auch einfach mal quer draufhauen und so ein bisschen am Laptop chillen dann mal ein Ründchen zocken und ja, das geht eigentlich recht gut und dann würde ich sagen, wäre es das von mir gewesen und ich gebe dann mal weiter an den Joshua der ist nämlich der Nächste, der jetzt seinen Raum ja, vorstellen wird beziehungsweise euch durch seinen Raum führen wird und dann leg mal los Joshua ja, danke Georg und wie ihr es wahrscheinlich schon erkennen könnt Hannover 96 und das kann nur eins heißen der Sandmacher D aka Joshua ist hier in seinem Zimmer und würde euch jetzt mal ein bisschen herumführen ähm, ich glaube wir fangen gleich mal hier groß an keine großen Reden schwingen so, hier ist gleich mal äh, mein Kleiderschrank mit inklusive Spiegel ihr seht mich jetzt gerade nicht hier so, so, was haben wir oh, äh, das habt ihr nicht gesehen äh, ja, hinter mir ich glaube eher unwichtig so ein bisschen das ist eine Dartscheibe wir gehen hier mal ein bisschen weiter zurück hier ist dann so mein Krimskramschrank da oben, äh, liegt noch mein, äh, Fahrradhelm sag ich mal äh, gehen wir hier mal ein bisschen runter ein bisschen Sportsachen liegen hier rum Schuhe Sachen und sowas alles da unten liegt noch meine Kamera und da liegen noch meine ganzen Hälfte wenn ich dann hier morgens aus der Tür rausgehe kann ich gleich meine ganzen Schuhe hier mitnehmen und wir gehen mal hier so ein bisschen weiter und wir kommen jetzt schon fast in die Soccer Area aber wir schwenken nochmal rüber denn dazu kommen wir natürlich zum Schluss denn das ist natürlich das Wichtigste hier hab ich dann so, seht ihr schon so eine kleine Sitzecke hier hab ich eine Couch einen Sessel und dann nehmen gleich mein Bett ich bin nicht so der Beste im Betten machen ja drüber nee, dass nicht das, äh, dass das hier so kalor aussieht da hab ich noch was hängen natürlich ich hab hier keine weißen Wände unbedingt hier hab ich dann so eine kleine Rockstar-Flaschensammlung wenn wir nicht mal mit Kumpels hier Zocker trinken wir meistens, gehen wir meistens zur Rewe rüber holen uns eine, äh, Rockstar-Flasche oder ein oder zwei oder manchmal auch drei und dann kann der Abend lustig weitergehen hier hab ich noch so ein bisschen my Whey-Protein ein paar Bücher, ich lese ja auch auch wenn das nicht die, äh, besten Lektüren sind hier, dumm gelaufen 600 Missgeschicke mit Todesfolge das sind so die typischen Bücher die ich mal lese so, dann haben wir hier eigentlich nichts mehr so besonderes hier unten ist noch so ein bisschen Krimskarms auch eine Krimskarmskiste sozusagen so, dann gehen wir hier mal weiter hier haben wir mal eine Fenster wir können nochmal ganz kurz aus dem Fenster ausgucken ist zwar nicht das schönste Wetter aber naja das ist halt Deutschland das ist halt Goslar hier hab ich noch einen schönen Park da ist auch ein richtig schöner See da kann man im Sommer richtig gut chillen hier, die Ecke zeige ich jetzt mal nicht weil da echt alles, äh, Kabelages und sowas da sind nochmal eine Krücken als ich einen Bänderriss hatte und jetzt gehen wir hier mal über in meine Zockerecke so, da ist es ein bisschen unaufgeräumt da seht ihr schon da ist so ein Royal Flavor das ist so ein Geschmack den packe ich mal in meinen Marequark rein den hab ich auch gegessen als wir bei Malte in Hamburg waren hatte ich mir den mitgenommen da hab ich hier so einen kleinen Monitor den nehm ich aber zur Zeit gar nicht mehr zum Zocken weil ich den irgendwie, ja, nicht so Vorteil erfinde manchmal schließe ich da mein, äh, Fernsehsignal an und guck darüber Fernsehen wenn ich zocke oder so den hab ich eigentlich nur so hier stehen hat mir meine Schwester gegeben ich weiß nicht die guckt irgendwie in letzter Zeit kein Fernsehen irgendwie seit 2 Monaten mehr und seitdem steht er hier bei mir rum Controller liegt da, Fernbindung liegt da bisschen was zu trinken dann natürlich hier das Wichtigste, mein Laptop zum Bearbeiten den hab ich jetzt mal geschlossen dann meine Teufelboxen daneben die sind echt geil kann ich euch echt empfehlen Teufel 2.1 System guckt euch mal bitte diesen heftigen Subwoofer an, Alter ey, der ist ja echt unnormal aber der haut auch gute Bässe auf jeden Fall raus so, das war's hiervon eigentlich hier hab ich dann meinen schönen Computerstuhl dann hab ich noch meine, äh hier sieht man's auch Hannover 96 die hab ich mir mal so gekauft die ist übelst chillig wenn's mal kalt hier im Zimmer ist zieh ich die einfach drüber und da drüber hängt ein Handtuch das hat einfach folgenden Grund ich glaube, ihr kennt das alle wenn ihr zockt irgendwann, wenn ihr in so eine Situation kommt neunzige Minute ihr für 2.1 müsst den Ball raus schlagen dann schwitzen eure Hände und irgendwann müsstet ihr euch dann auch mal die Hände ein bisschen trocken waschen und ja deswegen ist das eigentlich sehr hilfreich dass ich hier dann ein Handtuch hängen habe gleich darüber so hier ist dann mein Fernseher was das alles mit drum und dran ist wie viel Zoll der hat und sowas ich glaube 32 oder so ich hab echt keinen Plan ähm da kann ich euch keine Auskunft geben ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht wie der heißt dann gehen wir hier ein bisschen weiter runter hier haben wir dann meinen HD Receiver meine Xbox und sowas auch nicht alles geordnet ähm ich zeige euch das hier echt wie aus dem Brennpunkt ja Joshua am Brennpunkt meine ganzen Xbox Spiele da unten hier ist auch ein bisschen Cabulato ein bisschen hingeflitzt meine Elgato liegt da rum und sowas alles so das war es eigentlich gibt es eigentlich noch was zu zeigen nur ich glaube ihr habt bisher jetzt alles gesehen hier mein schöner Kalender kann man sich hier nochmal einziehen der neunte was kommt denn als zehntes ich finde die nicht so hübsch eigentlich ja das ist doch besser oder könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben welche findet ihr besser die neun oder die zehn also ich finde die zehn irgendwie ein bisschen geiler hier hab ich dann noch so eine kleine Pinnwand hab ich an die unnötige Sachen hängen aber naja das war's von meinem Zimmer ich hoffe es hat euch gefallen hier bei mir im Trautenheim aber naja jetzt der nächste dran das ist Malte glaube ich und ich wünsche dir viel Spaß Malte bis gleich so dann bedanke ich mich erstmal bei Joshua hier für die nette Übergabe und ich begrüße euch hier zu meiner kleinen Roomtour hier unten könnt ihr erstmal sehen wie die Treppe runter geht zum Zimmer von meinem Bruder das hat man auch mal kurz gesehen und vielleicht hört man auch gerade dass er Musik hört aber will ich ihn mal nicht stören das hier ist ein Bild von meiner Oma also das ist praktisch hier so das Treppenhaus wenn man in mein Zimmer kommt ich wohne ganz oben hier seht ihr einmal nochmal einen Spiegel so und dann geht es auch schon rein in eine gute Stube so als erstes wenn man reinkommt sieht man hier erstmal meine kleine Sofa-Chilecke das Sofa habe ich mir jetzt letztes Jahr zu Weihnachten gewünscht und finde ich eigentlich nach wie vor sehr sehr geil ziemlich chillig kann man ausziehen und der ein oder andere kennt es vielleicht von euch sogar schon aus ein, zwei Videos unsere Handicap-Challenges haben wir hier aufgenommen zum Beispiel wo wir FIFA blind gespielt haben oder solche Scherze und dann kann ich hier mal ein bisschen weiter durchgehen so hier seht ihr meine Konsolen-Ecke sozusagen ich denke mal das ist hier auch der wichtigste Platz des Zimmers sozusagen hier steht mein Fernseher und meine beiden Konsolen und hier könnt ihr noch was sehen was eigentlich auch ganz geil ist ich bin ja jetzt im August 18 geworden und habe mein Onkel und meine Tante mir ja so meine Buchstaben meinen Namensbuchstaben geschenkt mit ein bisschen Geld dran fand ich ziemlich, ziemlich nice Schachbrett kann ich mal schöne Grüße an Joshua nochmal bestellen als wir letztes Mal gemeinsam hier waren haben wir ein, zwei Partien Schach gespielt war eigentlich ganz geil hier nochmal ein Bild von meiner Oma die ist leider letztes Jahr gestorben und deswegen habe ich ein, zwei Bilder geerbt die ich eigentlich ja ziemlich cool finde und die deswegen für mich auch eine höhere Aussagekraft haben und da überlege ich jetzt zur Zeit dann schwenke ich nochmal ganz kurz hier in die Ecke rüber das hier an die Wand zu hängen ich denke das wird ganz gut passen genauso wie die Lampe die ich jetzt neu habe da bin ich noch am überlegen ob ich die hier in die Ecke stelle wo die steht hinter die Couch praktisch da ist noch so ein kleiner Bereich wo die hin könnte oder hier neben meinen Fernsehschrank und jetzt zurück zum Wesentlichen das ist hier meine Zockecke und jetzt kann ich mal kurz erklären wie das bei mir aussieht weil ich in zwei unterschiedlichen Perspektiven spiele so ich gehe mal hier ein kleines Stück rum hier seht ihr einmal meinen kleinen aber feinen Gaming-Sessel oder Gaming-Stuhl das ist ein recht simples Ding und seht auch schon die Xbox-Controller hier liegen ich habe gestern mit dem Kumpel FIFA 14 gespielt wir sind jetzt hier übrigens am Release-Tag um FIFA 14 wo ich das Ganze nochmal aufzeichne und zur Zeit habe ich FIFA 14 auf der Xbox ich weiß gar nicht ob die Hülle hier irgendwo rumliegt nö aber ist auch egal das heißt ich spiele so ein Stück vor vielleicht noch ungefähr aus der Perspektive so 1-2 Meter Distanz auf meinen Fernseher wenn ich wettbewerbsmäßig spiele also wenn ich mich wirklich konzentrieren will dann muss ich irgendwie nah am Fernseher sitzen auf so einer richtig gebeugten konzentrierten Haltung kennt ihr vielleicht und das andere was vielleicht für euch noch ein bisschen interessanter ist wenn wir produzieren muss ich mal gucken dass das jetzt hier nicht zu doll wackelt dann drehe ich meinen Fernsehereimer und schwenke ich mal rüber das ist nämlich hier meine Arbeitsecke sozusagen mit meinem Schreibtisch, meinem Laptop, meinem Mikro und so weiter und so fort hier seht ihr noch einmal den schönen St. Pauli Schal und das kann ich euch vielleicht auch noch kurz vorher zeigen das ist hier so meine Schrankwand die das Zimmer teilt hier hinter ist meine Bettecke und hier habe ich mir so ein paar Sachen aufgehangen so Erinnerungen das war zum Beispiel mein erstes FIFA Promotion Event das habe ich für GameStop und SteelSeries gespielt zu den Zeiten noch mit den FIFA Twins wenn das vielleicht dem ein oder anderen von euch was sagt die zu den besten und erfolgreichsten FIFA Spielern der Welt gehörten und das war ziemlich cool da habe ich so Beat the Pro gespielt das ist meine erste Fußballmannschaft was auch ziemlich cool war da bin ich glaube ich unten links wenn ihr mich ein bisschen erkennen könnt vielleicht und noch ein weiter runter ist meine Mannschaft bei St. Pauli das habe ich ja auch ab und zu schon mal erzählt dass ich da vor wie lange ist das her drei, vier Jahren gespielt habe bin ich oben rechts erkennt man wahrscheinlich ziemlich schlecht aber ich suche mal ein bisschen ran ja dann bin ich auch noch gut klein daneben ich als Balljunge bei St. Pauli da muss ich einfach sagen das war eine richtig fette Sache also Gänsehaut pur wenn man unten am Millern-Tor steht das Stadion ist ja sowieso für geile Stimmung bekannt und das kann ich nur bestätigen also wenn ihr mal die Chance habt in Hamburg euch ein Fußballspiel angucken zu können kauft euch wenn es irgendwie geht bei St. Pauli ein Ticket ist ziemlich cool das war mein erster FIFA Interactive World Cup war das Drei-Länder-Finale in Berlin auch eine super Sache hier nochmal so ein kleiner Community-Lounge-Ausweis und ich kann es hier auch mal kurz zeigen wenn es den einen oder anderen interessiert meinen Stundenplan was ist das hier noch? ach ja genau das ist einmal der Player Pass vom ESWC Grand Final wo ich letztes Jahr in Paris für Deutschland war und einmal noch ein Spielerausweis von der Campus Party in Berlin das war auch ein großes Live-Event letztes Jahr wo ich ganz gut dabei war so dann gehe ich jetzt mal hier weiter auf meine Schreibtisch-Ecke ja hier arbeite ich meistens oder lerne für die Schule arbeite an Beepart Gaming-Sachen hab jetzt auch mal als Hintergrund hier kurz unser schickes aktuelles YouTube- und Facebook-Titelbild eingestellt hier kann ich mal zeigen die Fensterbank wenn ihr mal ein Q&A gesehen habt oder so oder Videos mit Facecam stelle ich einfach meistens meine Kamera hier so drauf dann seht ihr mich hier in dieser Ecke sitzen jetzt habe ich hier gerade einen Hausschuh verloren auch nicht schlecht und jetzt zeige ich euch mal wie das Ganze hier aussieht wenn wir produzieren dann sitze ich nämlich deutlich weiter weg vom Fernseher könnt ihr mich so ehrlich gesagt auch nicht voll konzentrierend im Wettbewerb aber zum Aufnehmen reicht das schwenke hier so mein Mikro rum und ja sind dann hier meistens irgendwie im Teamspeak oder im Skype quatschen zusammen hier könnt ihr immer mein Equipment sehen und zwar zu der Zeit als ich noch für SteelSeries gespielt habe haben sie mich einmal ausgestattet und ich denke das ist eigentlich soweit das was ich euch zu meinem Zimmer erzählen kann wir wohnen in der Doppelhaushälfte in der Nähe von Hamburg ich kann euch hier vielleicht nochmal kurz mein Bett zeigen und ja ich bin eigentlich mit meinem Zimmer ziemlich zufrieden hab früher einen Stockwerk tiefer gewohnt und irgendwann wurde das Zimmer hier oben frei und dann habe ich mir das nach und nach eingerichtet und ja wenn wir in Hamburg mal am Start sind dann pennen wir auch das ein oder andere Mal hier zusammen also Georg war jetzt ab und zu schon mal hier Benni und ja Joshua ja auch einmal und ich denke hab ich noch ach ja das kann ich euch auch noch kurz zeigen hat das ein oder andere Mal für ein bisschen Stress hier im Zimmer oder im Haus eher gesorgt nämlich ein kleiner Basketballkorb und wenn ich dann hier mit Kumpels Wildbasketball gespielt habe ich habe hier nur Estrichplatten in meinem Luminat hört man also schön durchs ganze Haus da gab es dann doch das ein oder andere Mal schon ein bisschen Ärger aber was macht man nicht alles wenn man ein bisschen Spaß haben will und ich würde sagen dann sollte es das soweit von mir gewesen sein ich hoffe ihr konntet euch einen kleinen Eindruck von meinem Zimmer verschaffen ich schwenke hier einfach noch einmal kurz rum und euch hat das Ganze gefallen und dann würde ich jetzt einfach sagen Till da bist du dran bis dann ja moin und danke für die coole Überleitung Malte ich bedanke mich zunächst natürlich auch erstmal für die 25.000 Abonnenten ich denke mal dafür machen wir ja das Video so ein bisschen um euch einen kleinen Einblick bei uns zu geben und ja von daher erstmal schönes Dankeschön aber ich glaube so eine Bedankung bringt euch nicht besonders viel sondern ihr wollt hier mehr sehen was hier los ist also man sieht eigentlich mein Zimmer hier besteht einfach nur aus einem riesengroßen Schreibtisch und noch so ein schöner Müllsack das liegt daran das ist ja eigentlich gar nicht mein richtiges Zimmer sondern das ist das alte Büro von meinem Vater und das benutze ich ja eigentlich einfach nur als Arbeitsplatz man sieht schon hier links sind so die ganzen Schulsachen sieht man zum Beispiel schon Englisch, Mathe, Erdkunde und so ein Kram und wenn ich mich jetzt mal umdrehe hier sieht man wird auch noch als Abstellraum zusätzlich benutzt also man sieht schon ich schlafe hier nicht oder so hier ist keine Matratze von mir von daher ist das mehr hier so mein Arbeitsraum hier ist noch so ein chilliges Zwei-Sitzer-Sofa und natürlich auch mein Schreibtischstuhl der auch ziemlich geil ist finde ich also der ist richtig bequem und ja dann gehe ich jetzt hier mal so ein bisschen durch also links in der Ecke haben wir schon die erste Box die auch hier auf der anderen Seite ist mit einem Ventilator noch drauf die Boxen sind zur Zeit nicht angeschlossen weil das Soundkabel davon irgendwie im Arsch gegangen ist und ich bin noch nicht dazu gekommen mir ein neues zu kaufen von daher habe ich hier diese beiden kleinen Boxen zur Zeit angeschlossen die man hier mit dem dem Ding regeln kann davor dann Tastatur und Maus und natürlich wie verwirrt sind ja habe es mir gerade gekauft noch nicht reingelegt wird jetzt hier nach diesem Video passieren und ja Maustastatur braucht man glaube ich nicht groß was zu sagen sind beides so Standard 10 Euro Dinger nichts besonderes hier links hinter dem Mikro was ich auch noch gar nicht so richtig gezeigt habe ich zeige das nochmal eben das ist ein T-Bone SC440 für die die es interessiert Stativ und Popschutz keine Ahnung von was das ist und dahinter ist dann meine Xbox die liegt da und da drauf liegt auch der Controller und die Capture Card ja ich habe eine Roxio Capture Card also nicht die allergeilste mit Elgato ist glaube ich von der Qualität her die beste oder HD-PVR ich weiß es gar nicht genau jedenfalls habe ich mir die Roxio damals nur geholt weil es einfach so vergleichsweise die billigste ist und ja daneben halt mein Controller links haben wir dann den Laptop der Laptop ist bei mir auch an der Capture Card angeschlossen und steht entweder hier oder halt hier auf der anderen Seite wo hier gerade ein bisschen ein paar Kekse sind auch lecker und da drunter ist dann ein weiteres Highlight würde ich mal sagen von meinem Zimmer nämlich der Kühlschrank ist jetzt nicht so viel drin hier nur Wasser ein bisschen Eistee und so aber der Kühlschrank bockt sich auf jeden Fall richtig und da drauf liegt auch noch etwas ich setze mich mal kurz auf den Stuhl das ist so ein Board das kann ich mal kurz zeigen das benutze ich immer wenn ich die Spiele aufzeichne so kann ich direkt immer hinschreiben wann was in den Spielen passiert ist zum Beispiel ist man hier so erste, siebte Minute und so weiter und von daher das erleichtert mir das Schneiden einfach extrem und ich habe hier keinen großen Zettelwulst das heißt dass ich die Sachen einfach wieder wegwischen kann und fürs nächste Mal was Neues hinschreiben kann hier sind wir dann gerade PC liegt noch ein USB-Stick und eine Fliegenklatsche drauf die man natürlich auch immer mal gebrauchen kann gerade im Sommer habe ich sie gerne mal benutzt auch der PC ist eigentlich nicht wirklich was besonderes irgendwie 500 Euro vor vier Jahren von daher kein unglaubliches Highlighter und ist dann noch der Router oder der Switch und mein Subwoofer auch kein tolles Ding 50 Euro haben die glaube ich kostet zusammen mit den Boxen hier ist dann noch so ein ja wie nennt man sowas irgendwie so ein Ordner oder sowas da ist dann zum Beispiel noch die Wii drin und noch so ein bisschen ja Krimskrams ne anderer Controller Wii-Controller bla bla einfach alles nur vollgestopft dass es hier nicht rumliegt und ja das war es eigentlich weitestgehend hier oben ich weiß nicht ob ich das schon gezeigt habe sind noch meine Spiele und ganz rechts auch das Fahrschulbuch ja ich mache zur Zeit Führerschein von daher hat das im Moment auch eine ganz hohe Priorität bei mir und ja ich habe hier jetzt noch recht viel Platz das heißt ich will wahrscheinlich den Bildschirm weiter nach rechts machen und mir daneben noch einen zweiten hinstellen weil mit zwei Bildschirmen lässt sich einfach sehr viel besser umgehen finde ich vor allem wenn man jetzt editiert oder so man muss nicht die ganze Zeit zwischen den Fenstern hin und her schalten oder so von daher ist das auch eine Option die ich wahrnehmen möchte in der nächsten Zeit ich gehe nochmal zurück so ein bisschen dass man hier nochmal so kurz einen Gesamteindruck hat und ja so das ist zur Zeit mein Zimmer wir werden Anfang nächsten Jahres oder Ende dieses Jahres umziehen und von daher wird es da dann nochmal ein Update von mir geben würde ich mal sagen und ja dann bedanke ich mich erstmal schon mal fürs Zusehen ich werde jetzt FIFA 13 zocken ach FIFA 14 natürlich habe richtig Bock werde das jetzt reinschmeißen und von daher gebe ich jetzt auch ganz schnell an den Benni rüber ja vielen Dank an Till und jetzt geht es mit meinem Zimmer weiter also dem Zimmer von Tess beziehungsweise Benni wir gehen einfach mal hinein und blicken auch ins Zimmer an sich möchte ich aber eigentlich gar nicht allzu lange machen weil man sieht es ja auch es ist nicht wirklich aufgeräumt also ich habe mal eben ganz kurz mehr sortiert als aufgeräumt und hier sieht man jede Menge Klamotten das liegt daran das sind Sachen die ich so zum chillen trage ich chille gerade nicht deswegen trage ich sie nicht und daher sind sie jetzt so auf der Fensterbank platziert aber das wollen wir auch gar nicht allzu intensiv begutachten sondern wir schauen jetzt einfach mal auf meinen Arbeitsplatz bevor wir das machen so wirklich in der totalen gehe ich nur mal ganz kurz rüber zu der Tür und schließe die ihr bekommt davon hoffentlich kaum was mit weil wenn ich das nicht mache dann hört man mich im Treppenhaus ja so labern vor mich her und das ist mir so ein bisschen unangenehm von daher ist dann zumindest ein weiterer Schallschutz gegeben und jetzt gucken wir mal das ganze drauf gehen noch ein bisschen raus und einmal so von unten nach oben und dann wenn wir ganz nach oben gehen dann sehen wir auch den Monitor äh nicht den Monitor sondern den Fernseher den ominösen Fernseher an der Wand komme gleich drauf zu sprechen wie die Perspektive genau ist und das erste was ich zeigen möchte und das ist mir vorhin schon mal aufgefallen das ist mir ja fast unangenehm ist der Stuhl den habe ich jetzt schon seit 4 Jahren habe den damals bei Ikea gekauft und ja das ist kein richtiges Leder sondern irgendwie ein Lederimitat und das ist mega abgenutzt das ist mir fast ein bisschen unangenehm oder peinlich das sieht ja mega scheiße aus und da muss man irgendwann ein neuer her auf jeden Fall ähm ja wollte ich auf jeden Fall zunächst mal als erstes gezeigt haben weiter geht es dann mit einer Sache die vielleicht denjenigen noch bekannt ist die ich die Vertestix schon kennen oder schon früher geschaut haben nämlich mein altes MacBook davon habe ich immer mal wieder erzählt dass es Probleme gibt und hier seht ihr auch den aktuellen Zustand und was seht ihr da es ist eine Festplatte sehr unkonventionell angeschlossen man sieht es ja hier ja das ist aber jetzt keine externe richtige sondern das ist eigentlich die interne die ich ausgebaut habe das Problem ist nämlich die wird nicht erkannt und daher muss ich die als externe anschließen das ist natürlich auch kein richtiges externes Gehäuse sondern ich habe hier quasi nur das Adapter Modul damit ich sie als externe anschließen kann hier davor gepackt ähm so kann ich theoretisch das MacBook booten und starten und verwenden aber das ist ja nicht praktikabel und daher hatte ich eigentlich mal vor irgendwann auch die Daten zu sichern ist aber nie dazu gekommen und daher ist das jetzt immer noch hier so als ob ich es mal irgendwann mal machen würde würde ich vielleicht mal auch irgendwann tun darunter ist dann ein Drucker oder auch ein Scanner wirklich ja ein bisschen unendlich wie er da steht der ist auch nicht so stark in Verwendung weil die Druckerpatronen natürlich leer sind ich glaube es gibt keinen Drucker auf der Welt wo eigentlich die Druckerpatronen voll sind das ist auch bei mir so und da müssten da vielleicht neue her so muss ich momentan zum Copyshop wenn ich was ausdrücken möchte das ist auch klasse darunter der Subwoofer von Teufel also ich habe ein Teufel 5.1 System das nur so am Rande als Soundsystem und dann können wir mal hier so weiterschauen da sieht man jetzt zum einen ja das Mikrofon von der Cam die ich jetzt hier gerade halte das kann man quasi anschließen hier ist irgendwo ein Kabel das kann ich dann einstecken dann habe ich dann das Mikrofon als Aufnahmegerät für den Ton und hier sieht man meine erste externe Festplatte die ich quasi so als privater Menschenverwendung hatte 250 GB da sind dann Serien und Filme drauf gewesen aber dann wenn man YouTube macht dann reicht das eigentlich nicht und daher habe ich hier so richtig zwei schöne Apparillos nämlich zwei weitere externe Festplatte ich zoome ein bisschen ran aber da wird es ein bisschen dunkel das sind zwei boah das ist zu dunkel das sind zwei 2 TB Festplatte also insgesamt stehen da gerade 4 TB das sind über 4000 GB und es sind zwei weil die eine voll war logischerweise und das ist passenderweise auch so dass die untere FIFA Testix quasi ist und die obere habe ich dann quasi mir angeschafft als Beepart Gaming gerade so begonnen hat und so habe ich dann quasi so eine kleine Trennung in dem Sinne und ich habe wirklich alle Videos die ich für Beepart Gaming so gemacht habe was FIFA betrifft kann ich auch damit rekonstruieren also ich habe wirklich die Rohdateien da und habe auch alles gerenderte quasi fertig wenn irgendwann mal Daten gelöscht werden kann ich es theoretisch damit alles wieder hochladen ich muss aber wahrscheinlich mal irgendwann auch anfangen da aufzuräumen weil ich glaube da sind auch nur noch 400 GB oder sowas frei und irgendwann ist das voll so das nächste was sich jetzt hier anbietet was worauf ich eingehen werde ist natürlich das Mikrofon da gehen wir nochmal ein bisschen zum einen vom Zoomen raus und auch nochmal so ein bisschen Schritt zurück damit man auch den Ständer für das Mikrofon sieht und ja das Mikrofon ist ein Samsung C03U oder sowas irgendwie so ich hatte mal ursprünglich ein T-Bone SC440 das ist aber leider vor ungefähr zwei Wochen nicht mehr funktionstüchtig gewesen weil es wurde nicht mehr erkannt von meinem PC und daher konnte ich das nicht verwenden daher habe ich jetzt hier ein neues und das sieht mit dem Ständer und dem Popschutz davor also diesen Schutz davor sehr professionell aus aber was der eigentlich macht ist es ist nämlich ein Membran-Mikrofon und das ist dann so wenn man zum Beispiel P oder B sagt P oder B dann schwingt die Membran von dem Mikrofon zu stark das hört sich dann sehr unangenehm an und der nimmt die Schwingungen quasi raus und deswegen ist das davor wenn man dann reinspricht dass das hier so ein bisschen das dann rausnimmt diese Schwingungen sieht wie gesagt sehr professionell aus ist aber eigentlich recht simpel und hier sieht man nochmal das Mikrofon genauer soll es dann aber auch gewesen sein werde ich gleich nochmal was dazu sagen zum Mikrofon denn jetzt fangen wir mal hier links an und da sehen wir zum einen ja eine Fernbedienung für den Fernseher logischerweise dann ein Tischständer für das Mikrofon ich weiß ehrlich gesagt gar nicht ob das mit dem neuen Mikrofon auch kompatibel ist ist aber recht praktisch beziehungsweise ich hatte das ursprünglich gekauft aber ich fand es dann mit dem Ständer irgendwo praktischer und habe es dann jetzt immer noch als Tischständer auch hier vorliegen dann das Headset was ich letztes Jahr bei dem YouTuber-Turnier im Dezember gewonnen habe habe ich nicht erster geworden so am Rande und habe dann da das gewonnen jetzt ist gerade der Monitor angegangen sehr schön und jetzt sieht man nämlich auch dann hier das Herzstück von dem Ganzen nämlich mein Ultrabook beziehungsweise Notebook das ist auch alles was ich habe an Rechnern also ich habe nur einen Ultrabook oder Notebook und warum Ultrabook das ist einfach, das nennt man so weil das ist so dünn ich probiere es mal irgendwie drauf zu bekommen aber ja seitlich vielleicht das ist jetzt alles schief wahrscheinlich man sieht einfach es ist sehr dünn und auch sehr leicht und deswegen ist das ein Ultrabook ja ne so nennt man das heutzutage und oben drüber sieht man dann auch noch die Webcam mit der ich aufzeichne die habe ich entweder hier drauf bei Squad Buildings hat man so eine leichte seitliche Perspektive zu mir und hier habe ich dann das Quad drauf was ich bilde und hier auf dem externen Monitor habe ich dann quasi die Aufzeichnung am Laufen in der Web App zum Beispiel so kann ich dann immer hier quasi drauf schauen ich muss mal schauen ich hoffe das klappt mit dem Licht weil das ist jetzt gerade sehr hell die Google Seite und kann dann quasi da nebenbei auch noch Sachen nachschauen und manchmal ist es natürlich dann auch so dass ich die Webcam nehme und so hier zum Beispiel hier oben drauf packe na so muss natürlich richtig ausgerichtet werden und dann funktioniert das auch und dann kann ich dann auch so frontal aufzeichnen dann sieht man hier noch die Tastatur die ich habe boah das ist eine Logitech schon sehr alt und auch hier das ist sehr alt nämlich eine Razer Maus die ist schon so abgenutzt hier ist eigentlich ein Razer Schriftzug der ist aber schon weg und dann hier noch ein Mauspad auch von Razer ist auch sehr abgenutzt schon hier sieht man ich habe das wirklich schon sehr lange ich denke mal fünf Jahre na 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 vier Jahre vielleicht und hier so ein Boppel der eigentlich auch hier oben da ist der ist hier weg weil abgenutzt ist das liegt natürlich auch daran dass ich Linkshänder bin deswegen liegt das hier auch auf der linken Seite und das komme ich halt immer mit dem mit dem Handlenk drüber und deswegen ist das dann irgendwann weggegangen und das an sich jetzt gucken wir vielleicht noch mal auf das USB-H weil das ist natürlich auch sehr interessant ich habe so viele technische Geräte die müssen irgendwie angeschlossen sein dann haben wir zum einen hier den Drucker die Maus das ist glaube ich das Kabel für den Monitor weil der hat auch noch mal USB-Anschlüsse die werden dann hier quasi drüber connected und dann Webcam und das Mikrofon das ist dann erstmal die das ist eine Einheit an USB-Slots und wie gesagt der Monitor hat ja auch noch mal vier Anschlüsse die werden auch teilweise verwendet und dann kommen wir auf der rechten Seite zu den Festplatten und dann gehe ich mal ganz kurz hier rüber und da habe ich nämlich ein weiteres USB-Hub und da da muss ich ein bisschen aufpassen sind dann hier zwei Festplatten angeschlossen glaube ich zumindest dass es die beiden sind und dann noch die HAPA KDPVR also mit der ich aufzeichne meine FIFA Sachen und das will ich jetzt als nächstes zeigen also da auf jeden Fall jede Menge elektronischen Sachen die auch angeschlossen werden müssen jetzt nehmen wir einfach mal Platz und bekommen jetzt so langsam die Perspektive die ich beim Zocken habe und dann sehen wir zum einen mal so ein bisschen runter gehen ich hoffe wie kommt das drauf ich musste gerade in den Sättel sehr runter sinken und da sehen wir dann meinen Sound Receiver also bei denen kommt der kommt der Ton an und wird dann weitergeleitet theoretisch dann gegebenenfalls auf meinem Boxensystem oder auf den Fernseher oder wie auch immer wie ich es gerne haben möchte wenn ich zocke muss es jetzt leider mit dem Setting nur beim Fernseher sein damit der Ton auch bei euch ankommt wenn dann Videos kommen und dann sieht man jetzt hier die Uppsala die HD PVR und auch die zwei Controller von mir und mit der HD PVR zeichne ich wie gesagt auf die bekommt das Signal von unten von der Playstation die ist auch gerade an warum auch immer die bekommt das Signal an die HD PVR und die gibt es weiter an den Fernseher über das Kabel das kann ich kurz zeigen das ist ein Komponentenkabel das fünfsträngige hier und auch an den an das Notebook über das USB ne über das USB Kabel richtig und das habt ihr vorhin gesehen da das war das rechte USB Hub und so funktioniert das dann mit der Aufnahme und jetzt bekommen wir auch mal so ein bisschen die Perspektive wie ich zocke weil ich sitze jetzt hier genau so und dann geht der Kopf hoch hoch und höher und langsam aber sicher ich hoffe man sieht es vom Licht her ah da wird es auch langsam heller und dann sieht man auch den Fernseher und das ist quasi meine Perspektive auf den Fernseher und jetzt ist es dann auch so dass ich quasi ja hier in dem Sessel oder in dem Stuhl so ein bisschen nach hinten kibbeln kann von daher geht das aber auch in meinem Nacken in Ordnung aber man sieht natürlich der ist schon etwas höher angebracht und ja das ist dann halt auch so meine Perspektive das ist jetzt wirklich so wie ich zocke ich kann theoretisch vielleicht auch den Fernseher anmachen und dann würdet ihr sehen wie es ist aber ihr könnt euch auch dazu denken was man auch noch vielleicht sehen kann wenn wir nochmal hier aufstehen hier ist so ein Strich das sind Bleistoffstriche und ursprünglich hatte ich mal drüber nachgedacht dass ich den Fernseher auf diese Höhe hänge also vielleicht so 5 bis 10 cm tiefer es hätte jetzt nicht so viel Unterschied gemacht aber damals als wir den angebracht haben habe ich gedacht ja komm da geht noch ein bisschen höher das ist dabei rausgekommen und dieser Zwischenfreiraum ist quasi der Grund warum der so hoch hängt ja man könnte ihn ein bisschen tiefer hängen aber das ist halt auch mal ein bisschen Aufwand deswegen hängt er halt so hoch und was ich jetzt noch machen kann ist quasi ich kann nämlich jetzt hier das Mikrofon auch mal so rüber drehen und jetzt bekommt ihr quasi wirklich die Perspektive wie es dann auch beim Aufzeichnen ist ich sitze dann hier so und gucke nach oben zada ist nicht in meinem Sichtfeld und so kann ich dann quasi aufzeichnen und spreche dann hier in das Mikrofon vor mir rein drehe ich dann so rüber das ist sehr praktisch und dann hat das dann auch optimale Aufnahmequalität und wenn ich dann irgendwas am Rechner machen muss dann muss ich hier so rüber greifen muss aufpassen dass ich meinen Kopf nicht am Mikrofon stoße ihr habt wirklich jetzt gerade wirklich akkurat meine Perspektive vom Aufzeichnen Ego Perspektive und was ich dann auch noch machen kann ist wenn ich dann so am Zocken bin dann muss ich ein bisschen näher ranrücken dann kann ich hier so ganz bequem meine Füße hochlegen ja ist das was und dann kriege ich damit auch leichter so eine leichte Schräge rein um den Kopf nach oben zu bekommen damit ich auch was vom Monitor oder vom Fernseher sehe so ist das bei mir eingerichtet und ich würde sagen ich glaube jetzt habe ich alles so ein bisschen drauf gehabt ja hier das habt ihr alles gesehen und die Sachen auf dem Schreibtisch die sonst noch so da sind sind glaube ich nicht so spektakulär ein Taschenrechner ein Koli mein Handy Geldbeutel der prall gefüllt ist mit Kleingeld und dann auch noch Geld aus Marokko das ist leider zu wenig um es bei der Bank umzutauschen in Euro aber ja wegschmeißen will man es auch nicht ne vielleicht irgendjemand mal der von dem Bekanntenkreis nach Marokko kommt und der kann dann vielleicht mal das Geld bekommen das sind glaube ich 2 Euro oder sowas und jetzt machen wir hier kurz einen Blick auf meinen Spiegel und ich möchte dann jetzt hier quasi abmoderieren und ich muss sagen ich zoome mal vielleicht noch ein bisschen ran ich hoffe da sieht was aus so und jetzt ne jetzt muss ich noch ein bisschen tiefer halten damit mal mein Gesicht aussieht das ist natürlich Fail was ich hier gerade mache sehr schön jetzt kann ich auch in den Spiegel schauen ich muss aber aufpassen dass ich das mittig halte so ich gebe jetzt mein Bestes ich rede jetzt hier einfach in den Spiegel hinein was ein unglaublich komisches Gefühl ist wenn ich jetzt hier so mich selber stehen und reden sehe ich möchte natürlich jetzt hier auch nochmal die Gelegenheit nutzen um uns zu bedanken also natürlich mache ich das im Namen von den 4 die ihr jetzt schon gesehen habt vielen Dank das ist einfach der Wahnsinn jetzt sind es 25.000 schon wir standen vor einem Monat bei der Gamescom und haben uns für 20.000 Abonnenten bedankt jetzt sind es schon 25.000 das ist einfach der Wahnsinn uns freut das ich muss aufpassen dass ich die Kamera uns freut das wahnsinnig wie es abläuft wie es geht also wie der Kanal wächst dass so viele täglich neue Leute dazukommen und unsere Videos ja schauen und die auch gut finden anscheinend ansonsten würden sie ja nicht abonnieren wie gesagt freuen uns wahnsinnig und wir sind auf euch natürlich auch angewiesen und sind da mächtig stolz darauf was hier gerade am bestehen ist die Webseite wird auch dem nächsten Mal kommen zeitnah da tut sich auf jeden Fall was darauf könnt ihr euch verlassen und wir freuen uns wahnsinnig auf eine tolle FIFA 14 Saison und drüber hinaus und wir bauen auf euch und es freut uns wirklich dass wir auf euch zählen können und damit möchte ich mich nochmal so abschließend bedanken und das soll das Abonnentenspecial für 25.000 Abonnenten gewesen sein ich hoffe euch hat es gefallen da mal so einen privaten Einblick bei uns wie es denn so ausschaut und ich kann ganz schwer die Kamera richtig halten deswegen nutze ich die Gelegenheit ich verabschiede mich haltet euer Kasten sauber euer Tess und eine neue Saison hat quasi begonnen wir sind jetzt hier gerade dabei die erste Folge für mein Let's Play Ultimate Team in FIFA 14 aufzuzeichnen